Bova hat mir meine Cam geklaut. Mir fällt es halt gerade ein, dass ich gerade keine Cam hier habe, weil ich mich nirgends sehe. Als ob er uns beide einfach headshuttet. Ich hab halt jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden, auf was wir so lange warten, weil das war viel zu lang. Ja, dass ich denke, dass wir von hinten kommen, weißt du? ... immerhin noch alles mit dem班, wird es mit dem abgestoßen, ich habe auch ... ... und ich verholte euch an, die die Lärm des 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 Lärm. Wo ist die Bombe? Guck mal, rechts. Aber hinter dich. Da war ich doch, wo kommt der her? Der kommt im Fenster. Hey, wie die feige Sau, wie lange wartet er dort oben? Bist du bländisch? Ja, aber er hätte mich ja schon während dem Plenten killen können. Jetzt haben wir Geld gekriegt. Willst du eine Arbe? Oh, hast du eine. Willst du vorne rum? Kann ich tun. Schmeiß mal die Bombe. Na. Oh, ich habe ihn voll gedrückt. Sehr nice. Willst du vorne messen? Ja, das ist passiert. olt er geht's. Ich habe ihn total verraten. Ich mache ihn total. Ich gehe, um zu verraten. Also habe ich mit einer Kampen. Und da habe ich das. Es war 2, 4, 5, 6, 6, 6, 8, 6, 6, 6. saying. Einen hab ich. Als ob. Er hat noch 30 HP hinten. Da? Ja, da. Warte mal, ich weiß nicht, wo du bist. Ja, nee, rechts war er. Er hat noch 30 HP. Wo hat er das Geschlüsse jetzt? Ich schätze mal Richtung Rundspot, irgendwo da, ja. Zeig. Oh, nee, nee, ich kann mehr kaufen. Jetzt lauf links durch, aber schnell. Klaut ihr mir hier einfach den Kill? Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade Richtung D. Also ich bin bei ihrem Spawn so durch da. Komplett mal. Du hast die Bombe? Sehr schön. Du hast die Bombe? Da, madam. Und ich bin jetzt whatever. Ichween ... Vielen Dank. Er ist, glaube ich, oben. Warte, geht in Sicherheit. Ja, ja. Ich bin... Oh, ich habe verfehlt. Ja, lass ihn doch, wenn er da oben hockt. Boah, face ihn nicht. Er muss defusen. Ich habe es runter. Ja, ja, ich habe es gesehen. Jetzt hast du mir den schon wieder geklaut. Er spielt nur die Farmas irgendwie gerade. Ja, ich habe es gesehen. Warte. Weißt du ihn? Nee. Ja, links. Warte, ich blend, ich blend. Ja, links. War er schon recht? Er war onspot, kam hier links raus und wollte direkt defusen und ich stand genau vor ihm. War jetzt auch nicht so eine Glanzleistung von ihm. Warte doch auf mich. Einer ist links. Bist du ihn? Deine Smoke war voll für den Arsch. Die war voll gut. Ich wusste nur nicht, dass du mit der Arbe da bist. Ich habe ihn nicht gesehen. Er hat mich gesehen. Ich wollte ja... Die war ja auch nicht zur Tarnung gedacht. Die war eigentlich zum Blenden gedacht. Wo ist der zweite? Möglicherweise auch links. Hinten. Ich habe nicht gedacht, dass du von da oben kommst, weißt? Ich dachte, du gehst außen rum. Du hast gesehen, dass ich rechts rum bin? Nee, ich dachte, du bist anders rum gegangen. Das war so eine verschenkte Runde. Ja, vor allem, du bist halt auch direkt mitstampfend zu meinem Bereich gegangen, dass man schön weiß, dass man hier... Ich stand da vorher auch, habe direkt gesmoked und geblendet und das war der Plan gerade eben. Was stelle ich dich gemessen? Wir sind hier nicht im Casual. Ja, das gemessen. Bei mir kommt was. Also ich habe einen gehört, nimmstens. Er hat doch vier HP. Vier HP. Alter, ich habe ihm 70 gegeben. Ja, das wird eine andere Klasse sein. Warum hast du ihn aber auch wieder gefacet? Lass sie doch rauskommen. Ich habe ihn doch nicht gefacet. Natürlich, du standst genau an der Tür. Und außerdem, ich schreie nicht, ich sage es nur. Da, du kalt. Schöne gute Tag. Was? Ich habe schöne gute Tag gesagt. So wie? Zum Thomas. Bei mir. Nur auf 19 HP. Einer oder beide? Einer kommt. Beide. Wo ist der andere? Da. Da, wo ich halt stehe. Im Kämmerle. Ach ja. Warum laufst du neben dem Kämmerle durch? Das Kämmerle ist hinten links. Bubba, da wo ich immer stehe mit der Aase. Unsere Kommunikation ist echt schlecht geworden. Kämmerle. Da, wo ich immer stehe. Ich sage hinten links im Kämmerle kriege keine Antwort. Ich habe nicht in den links gesagt. Ich bin schon unterwegs. Ja, auch da. Auch da. Haja, er kriegt mich sofort. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen, war ich schon hin. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Ich habe ihn noch nicht mal gesehen. Hörst du irgendwo was? Bubba tötet beide. Bei mir kommt was. Hey, das gibt es doch nicht, dieser kleine Hurensohn. Da war doch voll drauf, oder? Hätte ich jetzt auch gesagt. Da war ich drauf. Na, habe ich jetzt nicht so genau hingeschaut. Er muss planten. Da war ich jetzt nicht so genau hingeschaut. Ich zeig doch was. Ich zeig doch was. Ich zeig doch nicht so genau hingeschaut. Ich zeig doch nicht. 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 Ich zeig doch nicht mehr. 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 Beide oder eine? Eine habe ich gesehen. Einer bei mir, natürlich. Es war so unnötig, jetzt zu sterben. Es war der, wo mich gekillt hat. Die letzte Runde war jetzt auch mehr Glück als Verstand. Weil wir so schlecht gespielt haben.